Als Geschäftsführer weiß Herr Schmidt eigentlich, dass eine gut funktionierende IT das Wichtigste für ein wachsendes Unternehmen ist. Doch durch immer mehr neue Aufgaben entstehen auch immer neue Probleme. Herr Schmidt verliert den Überblick über sein IT-System. Tritt jetzt ein Schadensfall ein, kann dieser das gesamte Unternehmen lahmlegen. Die Mitarbeiter sind frustriert und die Produktivität sinkt. Hilfe kommt von TW IT Systemhaus. Durch eine ganzheitliche Analyse des Unternehmens erkennen die Experten Probleme, bevor sie entstehen. Auf Grundlage der Analyse wird Herrn Schmidt eine Handlungsempfehlung erstellt, um auch in Zukunft abgesichert zu sein. Durch das aktive Monitoring passen sie die IT-Infrastruktur auf die immer neuen Anforderungen an. So kann sich Herr Schmidt wieder entspannt auf das Wachstum seines Unternehmens konzentrieren. Und TW IT Systemhaus erledigt den Rest. Und sollte es doch mal brennen, kommen die Experten auch vor Ort vorbei. Jetzt sind Herr Schmidts Mitarbeiter wieder glücklich und die Produktivität steigt. Möchten Sie Ihr IT-System auch immer auf dem neuesten Stand der Technik halten? Und liegt Ihr Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet? Dann besuchen Sie jetzt unsere Website und lassen Sie sich unverbindlich beraten.